Mhm, gut. Oh nein. Na? Deshalb wollte ich das mit dem Messer machen. Bis ich die Viecher hier treffe, ist das Viech noch da? Obwohl, ich muss sagen, ich muss sagen, das ging ja eigentlich. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier auch mal ordentlich, also was heißt mal ordentlich ziehen kann, aber dass man... Ja, schön. Aber jetzt glaube ich... Ähm... Vielleicht liegt es halt daran... Oh, Junge. Ja, warte mal, wo ist es? Wo ist es? Ach, natürlich. Dass ich hier mit dem roten Punkt relativ gut klarkomme. Wenn ich jetzt mal an Resi 8 oder so denke, war das halt immer nervig. Äh... Achso. Wollte gerade sagen. Oder war das irgendwie gefühlt wesentlich schwieriger. Aber da habe ich halt, glaube ich, auch keinen Red Dot gehabt, deswegen... Oh, mal gucken mal. Jo, hoch in die Butze hier, ne? Huhu. Was, der da wegrennt? Äh... Habe ich was zum Kombinieren? Kommt der jetzt hier durch oder nicht? Okay, er scheint ja gar nicht durchzukommen. Äh... Äh... So lange sie mir halt... So lange sie mir halt die Dings nicht klaut, ne? Ich wollte gerade sagen, Fräulein... Ich will erst mal gucken, was da ist. Bevor du das wieder einsteckst... Ich habe schon so wenig. Hä? Achso, über den Strand. Und ich sehe schon, ich brauche da Schlüssel. Was auch... Übrigens nach den Emblemen, äh, werde ich jetzt nicht extra gucken, ne? Wäre schön, wenn man... Wenn man vieles findet, aber... Was denn du da? Ja, als ob du hier einen Schlüssel brauchst. Also du kannst hier über das... Über das Dach gehen und dann rüber. Was hatten sie jetzt so gemacht? Okay, cool, danke, aber... Ist sie voll? Was hatten sie mir jetzt gerade gegeben? Ich glaube, Ammo, ich bin mir aber nicht so sicher. Aber schön, schön, dass sie erst mal den Obstand durchwühlt. Nein, da hätte ich warten sollen. Kack. Oder warte mal, habe ich zwischendurch noch ein einfaches Kraut gefunden? Ja, Gott sei Dank. Jetzt rennt sie schon wieder weg. Achso, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, wir können da rein. Okay, doch, ich dachte, vielleicht wäre hier hinten ja noch irgendwas, was wir einsammeln können. Ja, ja, Chris, Alter, du bist Elite-Kämpfer, hast du nicht gesehen, du musst jetzt hier nicht so schwer atmen, ne? Warte, bevor ich hier irgendwas untersuche. Achso, der da. Ja, gut. Er wurde an der Decke aufgehängt, so wie... was? Ich wollte auch gerade sagen, Hafenschlüssel, neuer, dann können wir da jetzt auch wenigstens hin und jetzt... Vielleicht kann ich es mir einfach machen. Hallo? Hallo? Alter! Äh, warte, muss man nachladen? Hat das, dass ich die nicht unbedingt kalt machen muss? Äh, ja, toll. Irgendwie da zu. Ey, ist die Kamera manchmal, ne? Okay. War ja mal genau das. Ah! Warte, da ist noch was Wichtigeres. Ich meine, muss ich jetzt irgendwo speziell hin oder sind wir jetzt hier drinnen safe? Okay, er ist da. Vielleicht kann er uns ja einfach mitnehmen. Ich probiere mal... Wow, ich probiere mal hinterzukommen. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt habe einiges liegen lassen. Alter, die Kamera jedes Mal... Warum geht die jedes Mal nach oben? Oh, oh. Kann er vielleicht nochmal... Das wäre ganz liebensgewürzig. Das war erschreckend. Einfach, aber auch bloß, weil ich weggelaufen bin, ne? So, ich würde mal sagen, wir haben ja einen Haufen von dem... Das lassen wir auch, falls wir wirklich nochmal brennen. Ähm, wir haben ja noch einen Haufen von dem Zeug. Ich würde das mal... Oder nutze ich erstmal den einfachen? Ich nutze erstmal den einfachen, na? Damit du mal siehst. Okay, das bringt bloß ein bisschen. Sie ist aber jetzt aber wieder voll. Äh... Okay, sie hat aber eigentlich... Boah, dann gebe ich ihr das mal. Also, sonst wird es halt irgendwann ein bisschen kritisch mit, äh... Mit dem Dauerplatz. Na? Geht's überhaupt rein? Ja, geht. Wollte sagen, die wollten doch Stress, nicht ich. Ich würde mir das echt an gewünscht, jedes Mal dann zu laden, ne? So, wir gehen langsam auf die 50 zu. Das ist auch schön. Eine Kettensäge? Was haben die hier gemacht? Oh Gott, sag mir jetzt nicht, wir kriegen jetzt noch hier einen Kettensägen. Oder was ist das denn hier? Äh, eine Format befallende Kadaver. Was für ein Gestank? Ja, gut, das kommt vor. Okay, dann ist das nüscht. Mal gucken. Jo. Hero geht raus. Also, gefühlsmäßig wird's langsam, ne? Also, auch so Ammo-mäßig. Und so, ich scheine ganz gut klar zu kommen bisher. Die Sache... Achso, da hinten geht's raus. Ja. Ich bin ja gleich hier rein, stimmt ja. Na, aber dann kommen hier die nächsten Schreisäcke. Schreihilse. Oh, alles einverleiben hier. Jawohl. Achso, ich dachte, wir wären noch in der Szene. Ja, hab ich gesehen. Hä, war hier nicht kein Geld? Hier. Okay, sie sitzt da oben. What the fuck, Alter? Warte. Ist sie jetzt echt runtergekommen? Wollte gar nicht sagen, kümmere dich mal um das Viech lieber. Okay, wäre aber trotzdem, glaube ich, nicht so schlecht, sie da oben erstmal zu positionieren, ne? Äh. Alter, ganz ehrlich, hatte ich... Na toll, jetzt hat sie die Granate, Mann. Warte. Mann, kann sie nicht einfach die scheiß Handgranate reinwerfen? Junge. Hier. Ja, toll. Jetzt ist hoch zu spät. Och, weh ist so Uschi, Alter. Anstatt sie ein Granate selber zu nehmen. Also, wir merken wir uns, Granaten behalten wir uns selber. Weil das ist doch kacke. Ach, jetzt hat sie auf einmal wieder Kohle? Äh, Kohle. Loll. Warte mal. Ähm. Ja. Ich meine, ich habe ja immer noch, Gott sei Dank, die Dings, ne? Äh. Die Schrot, aber... Dass sie, dass sie, dass sie Granaten nicht selber nutzt, ist mir ein bisschen... Äh. Du hast nur gerade... Hä? Also. Schieß nicht auf den, Mann. Ich habe den doch in der Ecke. Ja. 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 Hä, wo ist denn hier noch einer? Da. Äh. Toll. Wollte gerade sagen, kommst du die Treppe nicht runter, oder was? Nehme ich gern mit? Oh, warte. Ich wollte gerade sagen, das bräuchte ich jetzt... Langsam könnten sie... Oh, toll. Nein, 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 nein. Mann. Wollte gerade sagen, langsam... Langsam könnten sie mir mal wieder Muni geben, ehrlich gesagt. Gehen wir schon mal nach oben. Was ist das jetzt noch? Handgranätchen? Handgranätchen nimm mal selber. Oh, ich hätte da so viel Muni sparen können, theoretisch, ne? Okay, warum kriege ich jetzt so viele? Okay, die habe ich da. Ich meine, wenn die nächste Horde kommt, ne? Sollten wir mal. Weil, wirklich, Schuss habe ich auch nicht mehr. Okay, hat sich gerade vielleicht wieder revidiert. Zweimal zehn und... Dreimal zehn. Ich kriege hier nicht um... Oh. Ich kriege hier nicht umsonst so viel. Okay, das ist gut, glaube ich. Äh, ja. Ja, ich sehe aber nicht mal... Hä, ich sehe ja von denen nichts. Kann ich hier mal runter irgendwie? Nee. Oh, ja, jetzt müssen wir auch mal treffen, ne? Warum müssen sie jetzt da unten rumgondeln? Ich sehe doch da gar nichts. Alter, darf ich hier auch mal ein bisschen näher ans Geschehen ran? Was ist das für eine Kacke? Warum ist die da unten? Und ich kann... Ich kann hier einfach bloß in die Beine schießen, Mann. Oder in den Arsch. Oder in die Eier. Ja, nur... Ich darf ja hier nicht... Ach, jetzt darf ich hier runter. Ich bin auch da nicht vorhin umsonst hingegangen. Äh, toll. Ich muss wahrscheinlich irgendwie rüberkommen, ne? Dreck. So macht man das. Hätte ich mir wahrscheinlich sparen sollen, ne? Na, toll. Warte mal, das Ding ist... Ich kann sagen, warte mal, warte mal. Stuhlmunition. Die haben ja hier bestimmt auch noch einiges gelassen, ne? Na. Also ich weiß nicht, ob sie das alles aufgehoben hat. Siehst du, die hat sie zum Beispiel irgendwas liegen lassen. Auch wenn es bloß 100 sind. Wo ist denn sie jetzt überhaupt? Natürlich hat ihn gar nicht interessiert. Okay, das ist ungünstig. Nicht so schlimm. Ich will ja einfach bloß... Oh Gott. Jetzt komm ich hier wieder nicht weg, oder? Mann, Alter. Der steht direkt vor dir. Alter, jetzt leg dich noch mal hin. Ich will doch einfach bloß hier die Treppe runter. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Weil meine Idee war ja, okay, vielleicht, wenn wir... Wenn wir durchrennen, sparen wir eigentlich theoretisch money. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Arkt, ich weiß nicht, wie wir es nicht. Aber mir geht es doch ein bisschen. Also, ich gehe ich nicht so. Also, ich gehe dir. Aber das ist das verdient. Ich gehe ich nicht. Ich gehe ich nicht. Ich gehe nicht. Ich gehe ich in der Hand. Ich gehe mich. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Kannst du mal da weggehen? Oh mein, hör auf, sich zu bewegen. Okay, jetzt. Ja. Ich hätte die Dings nutzen sollen, ne? Warte mal, ich hab doch irgendwo hier... Ja, aber... Hä? What the fuck? Macht jetzt gar keiner... Mann! Verpiss dich! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wir haben ja hier noch eine Möglichkeit. Der war nicht nah genug dran, ne? Der war nicht nah genug dran, ne? Oh, Junge, Alter, was bleibt denn ihr beim Nachladen immer stehen, Alter? Wer hat sich den Müll ausgedacht? Okay, warte. Wir wissen ja, was kommt. Äh... Okay, das ist ausgerüstet. Ach so, weil ich keine Dings mehr hab, ne? Warte mal, ich werd mal... Weil sie heilt mich ja, ne? Sie hat echt bloß noch 15 Schuss. Aber ich hab halt auch nicht mehr viel, ne? Ausnahmsweise. Was er da stehen bleiben muss. Äh... Tag, du Penner. Okay, ich bin ja blöd... Oh, ja. Doppelte... Warte! Warte! Mal schon mal haben. Das war zu weit, ne? Okay, das funktioniert ganz gut. Äh! Nein, verpieselt euch, verpieselt euch. Alter, Alter, Alter! Warte, 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 warte! Wo ist denn jetzt hier ab? Ach, Typ! Okay, bevor der zu nah rankommt. Chris muss ja auch wieder mal stehen bleiben beim Laden. Ah, ha, ha, ha. Ja, Alter, klar mit deinem verkackten Schwarten, oder was? Ich weiß, wir hatten da noch ein Dings gehabt, ne? Nein! Nein, weg, 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 weg. Och, fick dich. Warte, warte, warte. Mann, jetzt komm ich hier wegen den Assis nicht durch, oder was? Und jetzt seh ich wieder ein Lisch. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Dreh dich um. Alter, hier geht mir so auf den Sack. Ich weiß nicht, ob die jetzt die ganze Zeit... Ah! Mitspawren. Ja, die kommen die ganze Zeit wieder. Mann, Alter, ihr geht wieder... Oh, toll! Lad nach, lad nach. Können wir jetzt mal am Start. Geht doch. Ja. Okay, das Schlimmste ist, glaube ich, rum, ne? Äh, hier. Schrott ist gut. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Kann doch gar nicht so viel sein. Warte, warte. Warte. Du hast dir schon wieder die Muni eingesteckt, Frau. Was soll das? Also, ich muss wahrscheinlich bloß noch kurz so raus. Ich will aber gucken, dass ich hier auch alles gelootet habe, ne? Hier, das zum Beispiel nicht. Ja, du, ich wollte gerade sagen, wenn du dir das schon dieses Dings klaust, dann schieße oben. So, nachladen. Ne, ne, das ist nimmer. Du! Lässt meine Munition in Ruhe. Ich hab dir nicht umsonst eine andere Waffe gegeben. Ich muss hier... Oder ich muss hier die andere Waffe mal klauen, ne? Obwohl... Was heißt... Na. Wie sieht's denn eigentlich aus? Warte mal. Ich will bloß... Ich will bloß mal kurz nachladen. Nur für den Fall. Ich hätte halt noch übelst viel Heilungszeug, aber mir geht's eigentlich gut, ne? Ah, die Waffe muss ich ja klauen, Alter. Das kann nicht sein. Dass die immer so eine Kacke macht. Ist doch wahr. Ja. Meine. Da ist mir schon eine große Truhe. Ich hab übrigens noch nichts verkauft, ne? Ich weiß nicht, ob wir davon unendlich aufnehmen können. Schade. So war's schon. Mal gucken. Vielleicht kann ich mir ja schon die Weste leisten, wenn ich den Rest verkaufe. Wir gucken einfach mal. Aber ich hätte jetzt... Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wir noch... Dass wir theoretisch schon durch sind. Ich meine, den Kettensägen mal hatten wir ja schon. Wo ist das Federviech? Ich weiß gar nicht, krieg ich dafür was? Ich will jetzt nachher den Munitionsverschwenden. Warte mal, nimmt der... Ach, ich hab ja gar keine Granaten mehr. Ich trottel. Ich werd mal... Ich werd mal... Ich werd mal vor, ich selber das nehmen. Wie war's? Oh nein, kriegen wir jetzt hier noch einen Bosskampf? Das sieht so aus. Das sieht ganz danach aus. Oh nee. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 Chris, are you all right? This picture, it's... Forget it. It's nothing. Let's move out.